Kapitel 3 Hörtext 2 Teil 1 Studienfächer 2.1 Das neue Jurastudium Sie hören ein Interview mit drei Gesprächsteilnehmern über das neue Jurastudium an der Universität Rostock. Sie hören dieses Interview einmal. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 9 bis 18. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Die Universität Rostock hat beispielsweise ein neues Bachelorstudium eingerichtet, das nicht zum Staatsexamen führt. Professor Benedikt, Sie sind Inhaber des Lehrstuhls für deutsches und europäisches Privatrecht an der Universität Rostock. Welche neuen Gesichtspunkte gibt es bei der Einrichtung des Bachelorstudiums? Die Einrichtung des Studiengangs entstand in der Tat aus der Frage, was genau ein Jurist eigentlich können muss. Beim neuen Bachelorstudium geht es darum, dass die Absolventen nicht nur Gesetze anwenden können, sondern auch über ein umfassendes Verständnis für Gesetzgebungsprozesse verfügen müssen. Aus diesem Grund gestaltet man das Studium mit großen volkswirtschaftlichen, soziologischen und philosophischen Anteilen. Und auch die Politikwissenschaft ist ein wichtiger Bestandteil. Das hört sich zunächst einmal gut an, aber werden die Abschlüsse in der Gesellschaft nach wie vor als ebenbürtig anerkannt, wenn man auf das Staatsexamen verzichtet? Es ist jedem Studiumbewerber doch klar, dass das juristische Staatsexamen eines der schwersten Examen sein dürfte. Andererseits werden in vielen Bereichen gesetzrelevante Kompetenzen benötigt, die sich nicht unbedingt durch das Staatsexamen erwerben lassen. Zum Beispiel, wie kann man einen verständlichen, schlüssigen Gesetztext verfassen? Diese juristische Standardaufgabe wird schrittweise immer höher und akademischer eingeschätzt und bewertet. Verstehe, danke. Nun möchte ich unseren zweiten Gast, Frau Pasch, begrüßen. Sie absolviert gerade das Bachelorstudium des neuen Jurastudiengangs. Frau Pasch, haben Sie vor der Fächerwahl schon gewusst, dass Sie mit diesem Abschluss keinen klassischen juristischen Beruf ergreifen können? Ich muss sagen, ich habe mich sogar bewusst um diesen Studiengang beworben. Nach dem Abitur habe ich ein Praktikum bei einer Arbeitsagentur gemacht. Dort habe ich erfahren, dass manche Anzeigen mit Anforderungen an Alter, Geschlecht und Herkunft gesetzwidrig sind. Zum Beispiel in der Stellenanzeige einer IT-Firma steht, dass Bewerber ohne Hochschulabschlüsse mindestens dreijährige Berufserfahrung mitbringen sollten. Diese Bedingung diskriminiert Berufsanfänger nach dem AGG, also dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Seitdem habe ich eingesehen, dass Rechtskenntnisse nicht nur vor dem Gericht nötig sind, sondern auch in Betrieben in allen Branchen vorhanden sein müssen. Herr Benedikt, ist das Ihrer Meinung nach auch ein wichtiges Anliegen bei der Fächerwahl? Auf jeden Fall. Juristen sollten nicht nur als Staatsdiener, sondern auch als Bürgerdiener tätig sein. Ein Hinweis oder eine Warnung vor dem Handeln ist doch viel besser als die Strafe danach. Die Universität ist zunächst die höchste Bildungseinrichtung, die das Bewusstsein für Gesetzestreue verbreiten sollte. Aus diesem Grund ist das neue Bachelorstudium genauso sinnvoll wie die traditionellen Studiengänge. Bisher übernehmen viele deutsche Unternehmen noch keine Juristen mit Bachelorabschluss. Frau Pasch, wie sieht Ihre Berufsperspektive aus? Seit Studienbeginn ist es mir klar, dass ich mich um keinen reinen juristischen Beruf wie Rechtsanwalt, Staatsanwalt, Notar, Richter oder Ähnliches bewerben sollte. Deshalb habe ich zwei Nebenfächer in Management belegt. Ich und viele meiner Kommilitonen haben Praktika in den Bereichen Kundenservice oder Marketing in verschiedenen Branchen gemacht. Mit der Globalisierung brauchen Unternehmen zunehmend Gesetz- und Rechtsbetreuung. Nach dem Bachelorabschluss möchte ich einen Masterstudiengang im europäischen Recht belegen. Wir sind weniger von der Konjunktur einiger bestimmter Branchen abhängig und die Vermittlungschancen schätze ich als exzellent ein. Ja, Fleiß und Ehrgeiz eröffnen oft gute Perspektiven. Vielen Dank für das Gespräch. Überprüfen Sie jetzt Ihre Lösung. Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank für's Zuschauen. Ende Teil 2 Vielen Dank für's Zuschauen.